In diesem Video packen wir die CO2-Anlage für das Twinscape aus und bauen die zusammen. Der Druckminder ist von CO2, hat einer mit zwei Ausgängen, sodass ich beide Aquare mit einer Flasche mit CO2 versorgen kann. Machen wir es hier mal auf. So, hier sieht man den Druckminderer. So, jetzt haben wir den Druckminderer mit Arbeitsdruck und Flaschendruck. Da ist hier noch eine kleine Kiste dabei. Da ist einmal der Blasenzähler dabei. Und das Netzteil mit verschiedenen Anschlüssen für alle Steckdosenarten, auch für die hier gängigen. Für das Magnetventil. Da wir aber nicht nur ein Becken, sondern zwei versorgen wollen, gibt es für diesen Druckminderer noch einen Adapter. Und zwar den hier, den wir hier einbauen. Und dann können wir von einer Flasche beide Aquareien mit CO2 versorgen. So, jetzt nehmen wir hier den Imbusschlüssel und schrauben erstmal den ab, weil das ist das Endstück. Von da kann man hier keinen Weiten anschließen. So, beide Schrauben raus. Dann kommt jetzt das Erweiterungsmodul da rein. So, wird dann wieder festgeschraubt. Und gleich kommt dann dahinter das Endstück. Und dann können wir mittels einer Flasche zwei Aquareien mit CO2 versorgen. So, ich carniv Shirlum für angekommen. Doi werden dann auf das Landtag oder in Europa verwendet? Vielen Dank.